Wo bin ich denn gelandet? Wieso? Das ist ja ein Häuschen. Moin Leute und herzlich willkommen bei DATBURG. Herzlich willkommen und das ist ein kleines Survival-Spiel, was ich schon mal auf meinem Kanal hatte. Aber leider nur, also jetzt ist es... Hey, ruhig Junge. Ja und das ist ein kleines Survival-Spiel für zwischendurch mal, was eigentlich ziemlich nice ist. Auf einer Art. Und das werden wir auch zusammen spielen. Aber ich muss gucken, wie die Let's Play-Zeiten davon sind. So, hier ist erstmal ein bisschen was zum Essen. Ne. So, da ist was zum Essen und da ist was zum Essen. So, hier ist auch noch was zum Essen, glaube ich. Ja. Gut. Da haben wir schon erstmal Essensvorrat. Hier haben wir noch was. Hier haben wir noch was. Hier haben wir noch was. So, wir haben ein bisschen Heul und hier so ein bisschen Stuff. Eine Tolle finden wir zufällig nicht, ne. Ne, da ist auch ein Traum gewesen. So, respawn. Updated. Ach, als gingen ja noch nach oben. So, eine hier. Wir nehmen einfach mal alles mit, was wir so finden können. Ne, ist halt kein Problem für uns. Wir sind ja gut ausgerüstet und, äh. Also, das heißt gut, wir sind jetzt mal gerade auf der Durchreise. Jetzt gut angerüstet, ne. Das heißt, oh, eine Waffe haben wir schon mal gefunden. Das ist schon mal Bombe. Weil halt, ne. Wir brauchen halt ordentlich Stuff. Und, ähm. Ja, was macht man denn in so einer Überlebenswelt? Okay. Also, wir haben ja auch noch eine Waffe gefunden. Also, die haben wir uns gestündet. So, ne. Also, zum Notfall der Notfälle nehmen wir die. Aber die ist extrem laut. Ja, da würde ich mal sagen. Ich habe eingestellt ab Tag 5. Da oben. Irgendwo steht Tag 5. Da steht Tag 5. Hm. Keine Ahnung. Geil. Die Zombies sind jetzt noch nicht richtig klug. Aber nachher, nach Nacht sind sie richtig schlimm. Da rennen die sogar. Also, ihr müsst aufpassen mit was ihr euch da anlegt. Also, Deathbird ist kein einfaches Spiel. Sag ich euch jetzt schon. Ihr könnt es mal auf einfach stellen und so. Dann könnt ihr schnell die Zombies töten. Das hat ja weniger Schaden. Aber, ne. Ihr wisst ja. Wir können auch mit echten Mitspielern spielen. Aber das machen wir noch nicht. Erstmal zeige ich euch das hier ein bisschen. Das ist auch ein kleines Display für uns. Und das gibt es für 95 Cent beim Xbox Store. Wie das bei der Playstation aussieht, glaube ich nicht. Weiß nicht. Aber, wie gesagt. Ich mag beide Konsolen. Also, von daher. Also, bei mir muss man nicht in den Kommentaren schreiben. X-Bots ist besser oder Playstation ist besser. Nein. Beides ist besser. Also, beides hat seine Vor- und Nachteile. Muss man so sehen. Ich bin ein X-Botser in sich. Also, ich spiele eigentlich nur X-Botser. Kein PC oder sonstiges. Wo ich ein PC mal hatte. Ein Gamer-PC. Aber jetzt nicht mehr. Also, von Alienware. Dieses Laptop. Alienware Laptop. So. Wo öffnen? Dann machen wir kurz mal die Tür zu. Ich fühle mich jetzt hier echt ein bisschen sicherer. Dadurch ich weiß. Und soweit ich weiß, ist das hier eine unendliche Welt. Also, unendliche Welten sind das. Es gibt auch noch eine Riesenstadt. Da gibt es ja noch Waffenladen und alles andere. Man kann wirklich in jedes Häuschen. Ist aber halt ähnlich wie Minecraft und DayZ. Könnt ihr mal unten in mein Video reingucken. Da habe ich mal ein Video rein gemacht von dieses Spiel. Da steht das auch in der Videobeschreibung. Und das ist ein Klon von DayZ und Minecraft. Und ja, es macht dann auf jeden Fall. Es macht schon sehr sehr viel Laune. Dieses Spiel zu zocken. Aber ja, ich würde euch empfehlen. Spielt das mit Freunden. Und es macht richtig Laune. Aber ich glaube es ist kein PvP. Es gibt kein PvP. Ich weiß es nicht. Müssen wir mal nachher nachgucken. Wenn wir nochmal den Multiplayer spielen werden. Und das glaube ich zu 100% ja. Das wir das spielen werden. Also wir werden daraus jetzt kein Play schießen. Sondern es kommen jetzt ein paar Spiele dran. Für ein Abo Special. Das heißt. Es ist jetzt eigentlich schon ein Abo Special. Was ich mache. Bloß es kommen heute ungefähr 30 Videos raus. Sage ich mal 30. Auf dem Handy kommen auch noch Videos raus. Hier gibt es keine Tür. So hier ist alles theoretisch leer. Dann können wir nicht wieder rausgehen. Und uns verpissen. Jetzt ist es abends. So Leute. Das heißt wir müssen uns jetzt beeilen. Ich möchte hier vorne in das Haus. In das rote. Weil jetzt können die Zombies auch fern. Ich gebe dir den hier an. Also hier unten. Zum your. Es geht um. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Du weißt? Ja, hier ist das hier. Das hier ist auch. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Ja Leute, dann seht ihr hier halt Häuser und ihr könnt hier halt alles einsammeln, ihr seht hier, das könnt ihr einsammeln, das könnt ihr hier einsammeln, das könnt ihr hier einsammeln und oben können wir auch noch hin, das machen wir mal dann schnell, ich glaube ich nehme mir wieder die Nahkampfwaffe, weil die ja uns, die macht nicht so viel Lärm, jedenfalls, meinte ich. Habt ihr es gesehen, die sind unheimlich stark, habt ihr ein Cricket Bad gefunden, Bad, also Baseballschläger mit Nägeln halt, glaube ich, ist das gewesen. Manche sagen jetzt, oh, es ist nicht das grafisch beste Spiel, ja, weil es Minecraft-Style ist, so müssen wir das andere sehen. Und für mich ist Grafik nicht wichtig. Habe ich, glaube ich, schon mal ein Video erwähnt, Grafik ist für mich nicht alles. Klar ist Grafik in Call of Duty für mich wichtig, weil Call of Duty halt so ein Spiel ist, wo ich Grafik wirklich schätze. Aber jetzt über GTA oder so welche DLC-Spiel wie hier, kann man dann auch gezudrücken, weil ganz ehrlich, ich habe, ich spiele heutzutage immer noch San Andreas auf meinem Laptop. Ich habe noch einen Laptop, aber der ist zu schwach, um ein Aufnahmeprogramm da hochzumachen, ja, oder allgemein. Und, äh, von daher, ich würde uns erstmal einsperren, natürlich. So, und, äh, ja, weil es halt, ich bin halt nicht der Grafikgeile, ich brauche keine gute Grafik, dass das Spiel geil ist. Diese, wenn ich ein Spiel habe, da braucht das Spiel eine gute Story, das hatte GTA San Andreas oder auch Wall City. Wall City habe ich noch nie durchgespielt, richtig. Und, ähm, ja, aber auch GTA 3 hat auch eine geile Story gehabt. Und GTA 5 musste ich sagen, es war mir zu kurz, 64 Missionen oder 65 Missionen, oder auch 60, oder ach, weiß ich was, irgendwas mit 60. Auf jeden Fall dort, muss ich sagen, es war langweilig. Es war, es hat, es hat keinen Spaß gemacht. Die Story hat Spaß gemacht, am Anfang ja. Aber GTA San Andreas habe ich ungefähr schon 8 Mal oder 10 Mal durchgespielt. Und ich muss sagen, da macht San Andreas mir mehr Spaß. Das GTA 5 habe ich dann schon ungefähr 5 Mal. Warum 5 Mal, andere haben es schon 10 Mal oder so, oder auch schon 20 Mal. Weil bei mir ist es so, ja, ich spiele immer das Gleiche, immer wieder zu das Gleiche. Das kann ich nicht. Red Dead Redemption war geil, da war die Story auch geil. Aber in GTA 5 haben es ein bisschen, ne, da hätten sie ein bisschen mehr reinhauen können, außer nur neue Waffen, oder ach. Naja, gut, wann sieht es sich im nächsten Part von Dead Work? Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns, bis dann. Euer Mr. Mytenjäger, GTA 5. Tschüssi. Ah ja, und bevor wir es vergessen, wir können hier auch noch mal ein bisschen survival. Aber wir können uns ja entscheiden, was wir machen wollen. Und hier können wir auch noch herstellen. Wir können hier natürlich auch noch Waffen herstellen und alles, also ihr seht es hier, hier können wir alles herstellen. Ja, wir sehen uns im nächsten Part von. Dieses schöne Spiel hier und wir werden mal gucken, was wir hier mitmachen können, alles. Wir haben hier zum Beispiel eine Spritze jetzt. Wir haben hier so ein Wiesboschläger, also die können wir uns jetzt zeigen, so ein. Und ja, wir sehen uns im nächsten Part. Euer Mr. Mytenjäger, GTA 5. Wir sehen uns und danke an meine 40 Abonnenten. Viel Spaß euch bei diesem Video. Vielen Dank. Vielen Dank.